hier sind schon wieder so viele hütten wir müssen uns eigentlich gleich in die arme laufen die drei die vier richtung die drei ich kann gerade nicht auf die karte gucken ich weiß ich sehe das schon wieder kommen kaum treffen wir uns sind wir schon wieder tot weil jemand abmuckst also irgendjemand es ist doch noch ein wolf hinter mir ich würde ja gerne helfen aber ich habe nicht mal nicht mal feine ja ich das ist nicht gut ich habe eine richtige karte gefunden okay ja gut ich habe zumindest keine zombies mehr erst mal aber die kommen jetzt wieder die vier ich laufe von d3 richtung d4 das heißt wir müssten eigentlich richtung pleasant valley zu laufen beziehungsweise wenn die du bist jetzt wo bist du die vier auf der straße und läufst richtung süden also d5 dann sind wir an uns vorbeigelaufen gibt die brief und siegel ich bin in die fünf dann läufst du in die falsche richtung ja dann laufe ich jetzt in die falsche richtung ja ich glaube zurück gut und ich habe auch schon eine stelle gefunden wo wir unsere hütte bauen wir brauchen irgendwas wo viele bäume drumherum sind und wo ja auch so plätze für wood sticks und sowas sind dann können wir vielleicht punchy sticks oder sowas machen und dann brauchen wir den ganzen scheiß wie messer und so eine kacke ach mit messer braucht man oder keine ahnung denke ich mal oder war das bei bei daisy wo du ein spitzes messer brauchst um dir die pfeile anzuspitzen ich glaube das war bei daisy schon gut vergess es ich war gerade da läufst du glaube ich bist du gerade bei dem auto ja ja bist beim wohnwagen jetzt ja ich bin jetzt reingegangen in den wohnwagen okay wir haben uns wie gesagt wir brauchen scrap of heavy heißer scrap metal habe ich die schon mal gesucht ach hier bin ich hochgekommen da unten war die hütte ja bei der ich war hast du die autos hier auf dem weg war durch die habe ich gar nicht gut dann lass uns die straße mal wieder zurückgehen ein bisschen und dann mal suchen wir mal scrap metal und dann probieren wir mal irgendwas zu discovern was wir dann siehst du rechts den wald ja nein sich nicht ja da werden die ob guck mal ein hase 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 ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht dann können wir nämlich hier irgendwo unsere base bauen da könnten wir unsere hütte bauen aber wie gesagt wir brauchen erst mal auf jeden fall metal hier scrap metal gedöns das habe ich nämlich gar nicht ich habe auch nicht mehr viel platz also ich kann vielleicht ein mitnehmen und dann ich bin dermaßen voll ich kann nicht mal annähernd was mitnehmen können wir uns das nicht irgendwo hier wollen wir im wald das nicht verstecken das zeug weiß ich nicht ob das so das so geil ist also ich würde sagen aber hier so richtung stadt ist gar nicht so verkehrt hier haben wir immer ein paar fette loot punkte erst mal müssen wir rausfinden wie man den scheiß überhaupt baut dazu brauchen wir bestimmt also was heißt bestimmt ich denke ich könnte natürlich auch auf dem laptop einfach mal aufmachen was man dazu alles braucht aber egal wieso finden wir hier kein metal ich wüsste wo man mittel aber dann müsste ich zurücklaufen und das möchte ich eigentlich nicht wenn man aufs auto schlägt kriegt man da nicht auch was ich weiß es nicht ich versuche es auch gerade hier also ich habe auf eine metall box gehauen aber auf so eine holzbox ja und dann kriegst du aber ich habe nichts gekriegt siehst du da um den tun welchen tun sie gebaut worden von irgendjemand ich glaube der ist gebaut worden ja oh gott aber ich weiß es nicht genau hier sowas wie woodlocks oder sowas nicht noch eine karte brauche ich eigentlich nicht ist mir scheiß egal ich nehme die andere lass uns mal irgendwie er brauchen metall ne hilft ja nichts wir können ja hier weiter richtung stadt gehen vielleicht finden wir hier ja irgendwas schauen nebenbei noch mal in die ganzen häuser und dann sollten wir schnell was finden ich bin der meinung hier bin ich bin jetzt in dieser tankstelle drin und wenn du hier hinten hier sind ja immer diese kisten ich glaube wenn du die kaputt schlägst dann kriegst du auch sachen die man braucht irgendwie woodlocks oder sowas ja das ist die wood plank kann ich die die habe ich auf jeden fall den kann ich jetzt schon mal gucken ob ich damit irgendwas discovern kann wood plank wood lock ich brauche auf jeden fall niegel das ist sonst hier ist auch noch ein brett aber das kriegen diese krieg schon gar nicht mal auf aufgenommen metall 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 irgendwo im auto also ich habe jetzt auch so ein regen kollektor so ein regen wasser kollektor wie hast du den gekraftet mit wood plank irgendwie wood stick und dieser tarp das heißt den könnten wir dann gleich schon mal bauen also das wichtigste ist glaube ich was wir als nächstes suchen ist metall und nägel das ist ein wolf das ist gar so klar ich will mich nicht hinsetzen sie versetzen hier sind nirgendwo autos ich glaube meine axt macht es nicht mehr lange hat es so ein weapon repair kit ja das wäre ganz fresh wenn du mir das vielleicht gleich mal geben könntest weil meine axt hat nur noch neun also nur noch neun heil neun heil dinger da ja also noch neun ach hüpfung wir brauchen loot mann wir brauchen doch nur metall ey da hinten sind autos da laufe ich jetzt hin oh man boh danke für den tipp dass ich mit der faust auch kisten zerschlagen kann ich dann brauche ich den waffen repair kit erstmal nicht sondern kann meine faust nehmen und die kaputt machen danke für den tipp verletzen tust du dich dadurch nicht ne nö ah lol das geht ja sogar viel schneller als mit einer axt oh god echt empfinde ich zumindest so ja du kannst schneller zuschlagen ne ja ich glaube schon ich kann nichts mehr mitnehmen ich muss unbedingt schmeiß jetzt auch irgendwas weg ich kann mir ein pfeil kraften total genial ein pfeil ist besser als kein pfeil ist das beschissen wie gesagt nägel und metal scrap hier scrap metal hä fällt gerade auf habe ich den beutel nicht ich habe mir doch eingemacht das lässt auch erklären warum du schon wieder voll bist weil echt was denn hier ist ein typ von einem auto hat eine achse in der hand und einen helm auf bist du das ne ne nein wo bist du überhaupt ähm ja schwer zu erklären wenn du die tankstelle gewesen bist die erste straße rechts rein ok soll ich versuchen ihn zu töten nein mach ich nicht hihihi dann brauche ich erstmal erstmal closest brauche ich die kann ich natürlich wiederum nicht machen kriege ich nicht da habe ich keinen platz für ich habe lieber erstmal ein bisschen ab ich hau lieber erstmal ein bisschen ab wie ist das zu kritisch ach ficken ey jetzt bin ich jetzt bin ich sauer ey ach da bist du ich habe mir doch was gemacht sogar zwei beutel habe ich die weggeschmissen oder was ich gehe hier mal rein ich finde hier klamotten ich muss mich erstmal entleeren irgendwo sind waschmaschinen 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 das werde ich gleich mal ausprobieren ist hier irgendwo ein Auto außer da wo der Typ war du bist in diesen paar kleinen Häuschen da ne ja hast du eine Brechstange am Start ne 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 wieso gerade den Tipp von Bo erhalten ja wenn man mit einer Brechstange auf einem auf ein Fahrzeug springt also eins dieses Racked Fahrzeug da ja kann man auf die Motorhaube springen und mit dem mit der Brechstange aufs Dach kloppen und dann droppt das Scrap Metal mal hoch sind wir Anfänger wir sind richtig die Kanoops alter das geht gar nicht ey das sind bestimmt voll die Sachen die müsste man normalerweise sofort wissen und wir dödeln hier rum wie die absoluten Mülten ey ich komme hier nicht mehr aus dem Haus ich weiß nicht wo der auskommt das ist ah scheiße wenn hast du noch ähm closest ne hast du nicht ne doch Sighi Papi hat äh sieben Stück ja ich muss mir nen Beutel mal irgendwie ist mein Beutel weg echt jetzt ja der ist weg ich weiß nicht wo der ist kann ich meinen Satchel noch nicht reinführen ne kann ich nicht scheiße soll ich dir einen machen oder ja mach mir mal ich crafte dir nen Beutel ich muss mich aber dann erstmal nackig machen weil ich glaube ich kann den gar nicht erst aufnehmen ne oh ich hab einen fallen lassen ja der ist hier ich hab keinen Platz mehr für das Ding ah das hätte ich glaub das ist mir passiert ich hab den gecraftet und der ist mir runter gefallen weißt du weil ich ihn nicht aufnehmen konnte weil ich zu viel drauf hatte kann ich vielleicht nicht oh lol kann ich nicht ich bin echt so ein Kackbun ey wo bist du denn an der Tankstelle ich stehe an der Tankstelle hier offen wie so ein Scheuntor und dödel hier rum ich wollte versuchen mit meinem Satchel und noch irgendwas eine größere Rucksack zu machen aber das geht irgendwie nicht mit der Hatchet achso mit der mit der kleinen Axt kann man wenn man auf den Wolf einprügelt dann kriegen wir Wolfsfleisch ja hier liegt dein Beutel wo ist denn der Wolf irgendwo war hier doch ein toter Wolf egal ja lol ja jetzt kann ich auch was aufnehmen ne ja dein Ernst ja gut wir brauchen äh wir müssen mal eine Brechstange suchen vielleicht das wäre ja nicht schlecht dann können wir wie gesagt wie Bo schon sagt auf das Auto springen und uns da mit den Scrap Metal machen und mit Scrap Metal können wir uns bestimmt irgendwie so eine Hütte bauen oder Nägel oder so ja wollen wir wollen wir ein bisschen weiter raus aus der Stadt oder willst du jetzt hier rein ja weiß ich also draußen aus der Stadt ist ja nichts wir können natürlich reingehen da besteht natürlich die die ja genau Chance dass wir gekillt werden aber der Brechstange findet man eigentlich in Garagen glaube ich das klingt logisch wo chillst du denn jetzt ich hab dich schon wieder ich bin eine weiter rechts gegangen achso da wo du hergekommen bist oder was ja genau ah ok man ne 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 alter hier ist ein Zombie mit einer Pumpgun in der Hand das ist gut den holen wir uns sieht aus wie eine Pumpgun oh Gott bin ich blind nein spring da nicht rein sonst titte ich dich aus Versehen ich blute ich blute ich blute ich blute Digga der hat übelst viel Scheiße drin ne was hat er denn du sagst alles pass auf hinter dir ist einer hinter dir ist einer ah was denn ein Spieler oder ein Zombie es ist ein Zombie ach Digga ich hab gedacht ach Digga ich hab gedacht der ist jetzt warte mal jetzt ist mir hier zu viel irgendwie gerade zu viel Action ich hab ein broken ich blute schon wieder ja dann verbinde dich ich hab ein broken Metal Item damit kann ich aber nichts anfangen warte mal der kommt schon wieder was oder nein hier sind ein paar Zombies aber ich hab irgendwas hab ich fallen lassen meine Axt sie ist kaputt oh man ich will diesen Loot haben der hatte so viel geilen Scheiß dabei ja dann müssen wir uns den Weg freikämpfen oh mein Gott leg du mal die Zombies ab dann loote ich ihn ja also komm her kommt 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 ich hab noch keinen Platz mehr du hast mega viel Platz ne dann töte ich die Zombies und du lootest den der wackelt mir zu doll Buf Headshot Alter wo kommen die denn her Buf vorbei nicht den der andere der den Beutel da hat Buf ähm was brauchen wir denn nimm alles mit was du haben kannst oh scheiße ich hab drei Feile lauf Zombies komm lauf Zombies komm oh mein Gott oh mein Gott ich mach mir mal ein paar Pfeile ich bin so ich mach mir mal ein paar Pfeile und dann gehen wir in die Offensive ich blute ich blute kommt da schon wieder einer den werd ich mir mal gönnen hier komm her warte ich muss mich erstmal verbinden ich bin völligst überfordert gerade da Use mhm äh ich hab ich hab paar ähm Vitamintabletten brauchst du die nene? nö ich glaub damit kann man gar nichts anfangen ich weiß es aber nicht ähm ist das ist das Spiel empfehlenswert ich kann dazu sagen also weiß ich nicht was sagst du dazu? kann man das Spiel spielen? ich find's gut also auf jeden Fall besser als Daisy also das mag schon hä he lodge was mach ich denn? neaaaaaine looked just hab ich die zurückgecraftet ich war verwirrt gerade Im imagination br breast Aber wir sind wahrscheinlich einfach nur zu scheiße. Alter Vater, der kommt ganz schneller. Aus kleinen Metern treffe ich ihn nicht im Kopf. Ich bin echt so... Oh Gott, jetzt treffe ich ihn gar nicht mehr. Hast du... Scheiße, wir haben gar nichts, ne? Ich hab nur noch einen Fall. Echt jetzt? Dann müssen wir uns irgendwie mal... ...verpissen. Ich will nämlich das Loot von dem einen haben hier. Das ist so geil, aber ich hab so viele Zombies am Arsch. Ich brauch ne Granate. Oh mein Gott! Ey, wo kommen die denn alle her? Hallo? Er hat mich erwischt, ich wollte ihn austricksen. Sorry, spiele nicht, spiele. Sorry, spiel nicht, spiele. Wo bist du denn überhaupt jetzt hin? Du lässt mich hier alleine. Ja, komm auf den Hügel zurück, wo wir waren. Hier oben bin ich. Ich bin hier am Craften von... ...von Pfeilen. Ich hab auch schon fast keine Energie mehr. Energie! Oh nein, jetzt häng ich mit dem Kopf an der Planke hier fest. Oh, oh. Ich hab in meinem Leben noch nie so viele Zombies gesehen. Wir brauchen eigentlich irgendwas zum Töten. Also zum Schlagen. Das wär am besten. So ne Axt oder sowas. Ah, kann ich... ...bestimmt irgendwas Craften hier. Crafting. Äh... ...da fehlt mir bestimmt was... ...Metal Bar. Ey, wir haben schon... ...meinen Bogen gibt, glaub ich, bald den Geist auf, ne? Ne, das ist noch alles gut. Hallo? Alter, da komm schon wieder so ein Schneller! Aaaaaaah! Oh. Headshot. Oh Gott. Wo bist du denn? Lässt mich hier mit den ganzen Zombies alleine. Ja. Echt? Ja. Warum? Weil ich warte, bis du stirbst. Dann klau ich mir deinen Hut. Ha 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 ha. Dann logge ich mich aus. Ha ha ha. Du wirst mich nie wieder sehen. Ha ha ha. Ich find's gar nicht witzig, weil ich hab mir mindestens 30 Fotzen, die mir hinterher rufen. Denn lauf! Meine Fresse, ey. Ich blute schon wieder wie Sau. Wenn ich ihn jetzt nämlich gelootet habe, dann können wir uns nämlich auch schön irgendwo hin. Ja, genau. War er das? Oh nein, es war, glaub ich, schon jemand anders da und hat den gelootet. Ja. Das heißt, unser ganzer Überlebenskampf war völlig umsonst. Oder verschwindet der Loot irgendwann? Das kannst du haben. Alter, da kommt schon wieder ein Schneller auf mich zu. Hallo? Oh, Kopfschuss, ey. Das ist das Einzige, was hilft bei diesen Biestern, ey. Ich komm hier gar nicht weg, Sascha. Bist du noch auf dem Hügel oder wo bist du? Ja. Ich bin natürlich jetzt auch gerade müde. Und jetzt auch hier. Okay.